Kann ich aufdrücken? Ja Okay, ist drüben Komm her du Ficker, du stirbst Ja, man, der ist gleich tot Oh, wir dürfen uns nicht schlagen Wir sind so weiter sofort instant tot Wie easy Ich hab die Güter gekillt Egal Ich hab ein Netherstar Komme hier Was da noch getrocknet Oh, die Dimension Nice Jetzt müsst ihr eigentlich die Ja, Quest gucken Muss für dich sein Oh, hast du da ein Questbook denn aus? Ja Oder packst du den Netherstar da rein? Nö, Questbook Oh, dieses mit Dimension, das ist auch gleich gewesen Ein Ritual Fällt gleich dazu Okay Vielleicht zwei Stücke erledigt Oh Oh my god Hinter of the world Bedrock Tom Hä? Oh, alter Mining Upgrade Viel Spaß Alter Warte mal 1100 Bedrock Tom 0 0 0 0 Oh, viel Spaß Weiss wie das geht? Hä? Waypoint New Waypoint Ja, da muss man hinlaufen Ja Nein, du kannst auch einen Waypoint erstellen mit 0 0 0, ne? Ja, lass Okay Ich hätte jetzt einfach einen erstellt Einen Legendary Pack hab ich gerade gekriegt, ne? Ja, und ein Good Pack Ich will erst das Good Pack öffnen Ich auch 20 Kohle GoldenEye Ne Komplette Rüstung Ne Komplette Rüstung Ein Fusionsstar? Hm Wow, ich hab ne Komplette Rüstung gekriegt Fusionsstar 2000 User Left Das ist für Mindcham Hier, komm her Warte, ich will erst mal Ich will erst mal das nachziehen Guck dir mal die an Guck mal da Für Mindcham Oh geil Guck mal die Rüstung an Was ist das hier? Das ist für euch 5x5 Blutschamper Ja, nimm das doch hier Warum das denn? Das ist doch für deins Nein, den bräuchte eigentlich nicht Achso, Mindcham Okay Basti, hör doch mal zu Ja, ist doch gut Oh, die Potions, ey Äh Jetzt muss ich gucken, wie ich das Wie das funktioniert Weil hier sind Hier sind diese komischen Tanken Splanting drinnen Glauben wir für mein Quest Brauch Ja Ach, da sind die drinnen Für die Eine Quest, aber ich weiß gar nicht Wie ich die rauskriege Teleportation Wie hat's denn Durst? Du hast dich ernsthaft Dich hin teleportiert Hab ich auch Oh, und du Nee, mach nicht Weißt du, und wegen dir Haben wir jetzt ein Leben verloren Solltest du nämlich noch nicht machen So meine ich das Ja, weil du's wolltest, du gieriger Ja Warte mal Ich geh mal Ich bin ja in Game World gegangen jetzt Ja, du kannst erst mal wieder einen zurückholen Das ist... Du Cheater, ey Ganz ehrlich Vor allem Ich hab doch 0-0-0 eingegeben Und dann haben wir Ja, weißt du Weißt wo 0-0-0-0-0-0 ist? In der... unten Und du portest dich genau von der Luft auf unten Ja Du gehst von deiner Ebenen aus Fertig Oh, ich muss pupen Das ist das Häuschen hier Das ist das Häuschen Das ist das Häuschen Wo ich die Diskette schon her hab Im Hauptsache die habe ich noch Und die ist nicht verschwunden Ja Die verschwunden Aber ich... Ich glaub die kriegen wir ja auch zurück schon Nee Auch die ja Das wenns 100... 128... 128... 128 ist dann? Ja Ja, war das nämlich auch Ich glaub ich hab die hier sogar reingetan Hell... Cloud... Welche denn? Welche war das? Korrupt... Ich weiß ich nicht was Okay Muss doch eigentlich funktionieren Machen wir dieses Hell kurz weg Mach ich Vielleicht ist die jetzt aktivierbar Hell and Nightmare Oh, ich muss das oben erstmal wieder kappen Okay Ach, warte mal Dark Home Even Energiezellen Alter 101 Energiezellen Die kriegen wir irgendwo her Ja Ja Ich glaub nicht dass wir die herstellen müssen Lightspeed Plus Alter Centos Wo bist du? Guck, das ist kaputt Scheiß Pisser Ich bin da nicht dran angefangen Keine Sorge Schade Das sind... Aber das ging ab, oder? 400 mal Geschwindigkeit Aber aktivieren tut sich der Scheiß Okay ALTER Wie lange hältst du noch 4 Ich glaub das Ding hat einfach zu wenig Strom Ah, das kann auch sein Ich hab auch zu wenig Saft Was ist denn da raus? Hehehe Das glaub ich dir sogar Äh, ich muss aber erstmal eben Pipi nochmal Bis gleich Tschüss Ich hab mitten in der Aufnahme Pissen Ich glaub's ja nicht So ein Spasti sein Sohn Oder soll man dich da hinten unten aktiv... Ich weiß es grad gar nicht Komm ich nimm die Blöcke mal zum Bauen Ach, ich muss noch mein Werkzeug erstmal holen Äh 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 Da brate ich erstmal Das da rein, das, das, das Ein Stück davon schon wieder Mehr Er hat auch nochmal 3 gehabt Und ich älge ihn ein bisschen Jaa, nöder 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 So 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 Vorallem ne Ja Ist schon mehr Platz drin Aber wohl dieses Tecken вед ich da nich wirst du was denn es gibt auf der welt ich weiß dass der geilste mensch auf der welt und du hast mich zugebaut und auch klar ich war schon erde ich habe alles ja noch vorher gehört dass du gesagt hast ich muss immer in der aufnahme pipi machen gehen ja muss ich halt kann ich doch nichts für ich habe eine schwache blase und schwacher machst du da reiß die bitte nach wieder ab ja ich verbinde das doch hier gerade nur du hast nach die blöcke bitte hat mir da nicht mehr von hast du alle rausgenommen oder was was von den blöcken von den farbenblöcken doch noch mehr doch gerade dabei ist schon gut centos ich mache jetzt ist die nicht weil die müssten es ist so muss ich zähne herstellen hast du noch testosteron und ich glaube ich erst stellen das schwert tue ich hier rein das ist nur für feiten das funktioniert nicht oder müssen wir das auch bei dem anderen dingen hinten machen ich weiß es nicht ich war nicht ich weiß nicht bin ich aha cc 3 schon wieder keine Ahnung alles mal aus wenn ich einfach mal eine mit also ich glaube manche sind für die anderen räume durch den großen raums kann auch sein würde ich mal rüber und bau das mal auf warte mal willst du mitkommen ich wollte gerade testen ob man noch weiter runter kann aber geht nicht nehmach du bin ich bleib hier weiter die questen aber nächste quest ist fertig gut